Was ist die Intensivpflege-WG-Herz für Außer-Klinik- und Klinik-Beatmete? Hier werden sie von uns 24 Stunden betreut, sowohl medizinisch als auch pflegerisch. Wir sind speziell ausgebildete Pflegefachkräfte mit Schwerpunkt Intensivpflege und Beatmung in der Intensivpflege und wir dürfen maximal drei Patienten versorgen. Ich bin zur Herz-Wohngemeinschaft gekommen durch einen Autounfall, den mein Mann erlitten hat. Das war vor neun Monaten und seither liegt er hier in dieser Pflegeeinrichtung. Die Herz-Pflege-Einrichtung ist für mich ein Ort, wo ich weiß, er ist sehr gut aufgehoben. Die Pfleger und Betreuer sind alle sehr nett, kümmern sich um ihn und das entlastet mich auch sehr. Ich kann entspannt nach Hause fahren und weiß, er ist in guten Händen. Wir versuchen auf jeden Patienten individuell einzugehen, versuchen auch durch Mimik und Gestik den Patienten zu verstehen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Auch die Angehörigen haben bei uns immer ein offenes Ohr. Wir hören sie an, wenn sie Fragen haben und versuchen diese auch zu beantworten und sie einfach an der Hand zu nehmen und sie zu begleiten in dieser schwierigen Phase des Lebens.